Also was würdest du jetzt sagen anhand der Werte, wie viel fitter kann man innerhalb von 30 Tagen werden, wenn man 30 Tage lang jeden Tag laufen geht? Wir sehen bei der Leistung, also in Watt gemessen, dass du knapp 10% mehr gemacht hast, von 282 Watt auf jetzt 302 Watt. Wir sehen bei der Sauerstoffaufnahme, das ist... Hört mir zu, meine lieben Freunde, das... Das war die Prime. Das war vor Streaming, meine lieben Freunde. Digga, da habe ich einfach in einer verfickten Wohnung von meinen Mitschülern gelebt. Überlegt euch das mal, Chat. Digga, ich habe da einfach nach zwei Tagen kannte ich einen Typen aus meiner Klasse, aus meiner Ausbildung. Ich bin einfach nach zwei Tagen zu ihm gezogen. Das ist ja geisteskrank. Naja. Photoshop, ja. Okay, Digga. Die Maßzeiten der Sportmedizin für Fitness sehen wir eine Steigerung von über 10%. Das ist richtig gut. Lag bei der ersten Untersuchung vor vier Wochen bei 35,8. Und Chef holt deinen Rekord niemals. Chef holt nicht meinen Rekord. Wo holt er meinen Rekord? Digga, alle zocken sie auch nie ab. Ja. Nee, oder? Digga, er holt wirklich meinen Rekord erst bei 28 Minuten. Guckt ihn euch an, Chat. Geht das überhaupt mit VR-Nuggets? Dann würde ich das zocken. Ich brauche euer Auge. Oh, da verliert er Zeit. Der Drache soll ihn ficken. Ich gönne ihn nicht. Ich gönne ihn nicht, Chat. Ich bin offen und ehrlich, ich gönne ihn nicht. Der ist richtig nervös, ne? Boah. Der hat alles skippen können, ne? Gleich hier gewesen, da mit dem Drachen, Chat. Das ist das Allertraurigste. Ja, ja, was hat er denn... Bruder! Ich versuch'n, oder muss ich's normal machen? Yes. Yes! Ich schrubel! Jetzt schrubel ich nicht mehr, ne? Stopp! Oh nein! Oh nein! Oh Mann, ey. Nein! Nein! Na ja, run. Nein! 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 Fuck! Fuck! Oh mein Gott, der letzte Sprung, Digga! Fuck, Mann! Oh Mann! Oh! Scheiße! Das ist halt irgendwie durch gewesen. Das ist halt ernetzt, denn. Fuck, Mann! Yes! Und da merkt ihr mal wieder, was mein Auge für eine Kraft hat. Sorry. Seit 5 1,5 Stunden versucht er meinen Rekord zu brechen. Yeah! Grunde als Chefstrobe, ja. Grunde als Chefstrobe, ja. Ich will das mit dem richtigen Shortcut versuchen, ne? Ich gebe mir kurz drei Minuten, ich gehe kurz auf den Balkon. Care von Coolant von Prime. Ich gehe kurz auf den Balkon, frische Luft. Sei gleich wieder. Und jetzt sind wir hier bei 40,5. Wie wäre das, wenn ich das Ganze jetzt weitermache? Also wenn ich jetzt ein Jahr lang irgendwie laufen gehe, was könnte ich da noch erwarten? Es kommt irgendwann... Jetzt ist die Frage. Sollen wir reingehen und versuchen, unseren eigenen Rekord zu brechen? Oder was sollen wir denn in Only Up noch erreichen? Wir haben ja schon einen Rekord. Panda, danke dir für dein Prime. Wie es käme zu so einem Steady Stay, dann bleibt das einfach so. Was ja auch schon ganz gut ist. Da muss man den Trainingsplan wieder anpassen und sagen, ich trainiere vielleicht länger und härter. Und dann kann man sich da noch weiter raufarbeiten. Ideal ist natürlich, wenn man das dann auch 40 Jahre lang macht. Nicht nur zwei Wochen oder vier Wochen eben. Fazit, nach 30 Tagen Joggen und über 150 zurückgelegten Kilometern bin ich tatsächlich um einiges fitter geworden. Das war ja irgendwie auch zu erwarten, aber dass ich dabei auch so viel Spaß beim Laufen habe, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich kann mir gut vorstellen, in Zukunft häufiger laufen zu gehen. Garantiert nicht mehr jeden Tag, aber vielleicht so zwei bis dreimal die Woche wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was Nahrungsergänzungsmittel wirklich bringen, dann schaut euch dieses Selbstexperiment von mir an, abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Ich sage euch ehrlich, Chat. Gutes Video, bald fange ich auch an zu joggen. Gibt mir Zeit. A police officer pulled over this other police officer for speeding. What? Do you... I am going into work, my man. Why are you trying to pull me over as I am going into work? Because you are going to 80 and a 45. I am going into work. Okay, where are you going to work for? What does it look like I am dressed for? I have no... What does it look like I am dressed for? My name is Deputy Hilton and they see your driver's license. Okay. The police officer was charged with resisting an officer, reckless driving and eluding law enforcement. The police officer then later turned himself in to be arrested and was fired. Hey, look at all these wieners. Geil. Hi wiener. Thank you. The mixer doesn't work? It's not working. Oh, it's not. Okay. Andrew. Was? The mixer doesn't work? It's not working. Oh, it's not. Okay. Andrew. Hat der überhaupt schon mal funktioniert? Neeh. Halt's up! Is this a train? Don't get public shamed. There it is. Look at this guy. Oh, got him. Oh, got her, dude. Oh, no. Oh, got her. I got her. No. 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 That will kill us. The passenger on this helicopter was joking about pulling this random lever. That lever happens to be the rotor brake. Pulling that would have immediately stopped the blades, causing the helicopter to drop like a rock. Oh, I got her. No. No. Don't do it. Yo. Digger, wenn du in einem Auto bist, ist es am sichersten gegen Blitze und sowas, oder, Chad? ...ein increase in Orcas attacking boats, which is something we've never really seen before. In this case, an Orca ripped off the rudder, making the boat unable to properly move. Also, ich glaube, da würde ich eine Panikattacke kriegen, ernst. This guy has a very dramatic hat. What the fuck? Hört sich an wie ein Baby. This groundhog keeps stealing food from this farmer and always eats it directly in front of the security camera. Fühlisch. This guy found out you can save money on glasses if you just don't buy any frames. If you didn't have a fear of squirrels before, well, you do now. Is das ein Deutscher? Ja? That's the end of this video. Hopefully this video put a smile on your face, and I'll see you guys again very, very soon. Later. Hm. Cooles Video. Weißt du, wo wir jetzt reingucken? Wie sieht's bei Sydney aus? Ich wollte grad rausquitten eigentlich schnell. Er macht grad eine Solo-Win-Challenge. Er ist schon seit vier Stunden dabei und hat erst zwei Fortnite-Wins, oder was? Knallball! Oh, ich dachte grad. Näh. Und ein Velo-Back-to-Back. Ah, das ist kacke. Das ist ein Nachname. Das ist kacke. 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 Vielen Dank. 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 Chat, ich muss... Ey, Chat, zu meiner Schande, ne? Oh, oh. Ja, komm, Discord, wo bist du? Ah, hier. Eldos, wie traust du dich zu sagen, dass ich ein okay Gamer bin? Sag mal bitte. Ähm... Ja, Moj, was soll ich sagen? Sagst du, Eli ist besser als ich? Weiß ich nicht, also... Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Sag mir ein Game, wo du besser bist als ich, außer FIFA. Ähm... Vollgeist. Wie viele Wins habe ich... Wie viele Wins habe ich von den 4 Wins geholt? Wie viele Wins habe ich von den 4 Wins geholt? Bei der Challenge? Ich glaube, 2, oder? 3, oder? Ja, ich war auch müde schon und sowas. Wie viele Wins habe ich von den 4 Wins geholt? Ja, außer FIFA? Ähm... Ja, Fallgeist. Also Fallgeist sag ich, bin ich besser. Wie viele Earnings hast du einen Fallgeist? Rocket League bin ich besser. Was bist du für ein Rangle Rocket League? Ähm... Platin. Okay, komm, jetzt 1 gegen 1 Rocket League. Ja, komm. Okay. Komm. Wir machen jetzt ein 1 gegen 1 in Rocket League. Weiß wann ich das letzte Mal Rocket League spielte? Vor einem Jahr. Ja, ich auch, vor lange her. Ja, Bruder, ich habe noch vor 2 Wochen gespielt. Ich habe nicht gesehen, du hast im Spiel gezockt, du Bastard. Nein. Komm, komm, miteinander. So, ich starte jetzt Rocket League. Komm an. Das letzte Mal, dass ich gezockt habe, war mit Phoebe. Und das war... Keine Ahnung. Das war keine Ahnung, wie lange her. Ja. Witzig Mode zu Game of the Year Award direkt geben. Was? Guck mal. Das Elite... Guck mal, ich sage dir, wer der Game of the Year ist. Komm, sag. Game of the Year ist eigentlich Reapers. Ja. Er ist, ernst, ein Game of the Year. Ja, natürlich. Aber, dass du zu mir sagst, dass ich mit in Games bin, ist geisteskrank. Ist okay halt so. Oder weißt du? Ja, ja, ja. Okay, komm, wie heißt du? Ich habe dich sogar, Lost Eldos. Ja, Lost Eldos. Damals Trimax... Fortnite. Was laberst du? Auf ernst? Ich habe Lost Eldos. Wie du warst damals Trimax Clan? Ja, ich wollte Trimax Clan, wo Horde gegen Lost war, weißt du. Komm. Komm, jetzt eins gegen eins. Okay, aber ich muss dir Leader geben, du musst machen. Oder warte mal, ich mach das irgendwie. Nee, gib Leader, ich mach. Okay. Am Ende landen wir irgendwo in der Lobby. Ernst? Mods, mach eine Wette, wer gewinnt. Ich oder Eldin. Ab. Ich war genau, damit musste ich die sehen. Warte mal. Aber ich musste dich halt kurz smashen, deswegen, Bro. Okay, bist du drin? Ähm, ja Gehst du blau oder orange? Äh, ist egal, blau Okay, gut, blau ist gerutsch Okay Okay Beide auf ein gutes, äh, best of free? Weiß nicht, was sagst du? Ja, okay, best of free Hm Bluck V.A.D. Roach, merke ich das Oh, wie Ronadinho Hast du gesehen? Nein, Bruder, nein, nein, nein Boah, Bruder, was mach ich mit dir, Bruder? Okay Okay Den Buddy, guck mal, ey, ey, diese Locke, der nach rechts Guck mal, guck Den Buddy, stehen, Bruder Ja, legal, legal, jetzt passiert Fake Ich hab mich selbst gefaked Also, Platin war auch gelogen, ne, also, keine Ahnung Als ob Roachy Oh mein Gott Hä, wie tracst du denn? Was, was bist du denn für ein Rank? Keine Ahnung Ich hab damals Rocklick gespielt, einfach Weißt du was, also ich glaub ich bin jetzt gar kein Rank Ich bin so nicht lange gespielt Auf Ernst, das war nicht schlecht, klar Komm schon Nein Hoppa 1-1 1-2 Komm, schau uns, komm, schau uns Komm uns Adiel Scheiße 2-1 Fuck 2-1 Bruder, woher, Mann? Okay, ich muss sich konzentrieren jetzt Das Ding ist Hat der gesagt, also du bist nicht Game of the Year, Duart Sag ich doch gar nicht, Bruder Ja, ja, aber auch nichts, also du bist halt so, okay Ja, ja, man Was ist, was ist los? Auf einmal, ruhig Okay Let's go Let's fucking go Okay, komm Komm, schieß du Okay Er ist so flatti Ganz halt flatti Let's go Das Mal Hahaha Che 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 Mann, immer angstos Park Che 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 Chill, Bruder, chill, ja? Ist ein best of 3 hier Ne Ne Digga, was hast du gemacht? Aber, Bruder... Bruder, ich bin Boost holen gegangen Guck mal, was er macht Ich dachte, ich hab Druck In meinem... in meinem Rücken Hey, yes! Ich hatte richtig Stress Ja Ein Boss, Bruder Ich mach ne Aaaaah Comeback kassiert einfach Regen Anschlussdingern Oh, Bruder Eine Ballkontrolle So was hat die Menschheit noch nicht gesehen, Bruder Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal Zeig, Bruder Boah, Bruder! Oh, Bruder! Ey, Mann! Ey, Mann! Ey, Mann, Mann! Mann, Bruder! Von 4-2 auf 7-4, Bruder! Boah, Bruder! Nur Glück! oh Stange, Bruder. Stange, Bruder. Immer Stange, wo sogar ein Rocket liegt. This is over, mein Bruder. Okay, 1-0. Krass gedroppt, das Endgame. Okay, let's go. Das war Runde 1, Bruder. Das war Runde 1. Okay? Ja. Jetzt Runde 2, ne? Ja. Komm, Rematch. Ich gebe dir Orange. Er hat ein Ghana-Album gedroppt? Ja, ja. 1-2 Songs waren sogar gut, fand ich. Okay. Okay, warte. Matchball, ne? Ja, ja. Okay, let's go. Ich weiß nicht, wieso das cute davor steht. Ich weiß nicht, wie das war. Digga, oh mein Gott. Bro, ich weiß nicht mal, was das ist. Bruder, sein Kleiner ist cute, Alter. Hör mal auf, ey, den wirklich. Das wird langsam lächerlich. Zehner, wenn ich so meine. Wala, 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 wala. In diesen 1 gegen 1, man darf nicht raufgehen, ja. Ja, es ist geistkrank. Er hat einfach cute im Klack. Bruder. Sag mir nicht, Musti ist da auch drin. Nein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das war. Wie das kam. Boah, Bruder. Ey, Bruder, ich muss das gewinnen. Ey, das kann nicht sein. Ich kassier, ich kassier jeden Anstoß-Bug, Bruder. Boah. Ich glaube, ich gehe gar nicht mehr mit drauf. Ah, nein. Oh mein Gott. Boah, das war close. Das war close. Okay. Boah, das ficken. Ich schwörme. Was ist das denn? Wie ist das vor so? Ha! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Block Ey Ey Bruder Er schubst einfach Bruder Eldos Egal welches Spiel Außer FIFA Ich sag doch Oh mein Gott Guck dir das Guck dir das an Oh mein Gott Es ist aber Also diese Anschlussdinger Sind schon krass Ist halt der 1v1 so Das ist ein Unlucky So So Boah Putra Bruder Ein Ball Sehr ehrlich Das war krass Aber ich lieg was Oh Bruder Stress Bruder Nein Das wird noch knapp Also cute Der Name ist crazy Wirklich We're off dein Arsch Ja Nein Und Wala valla valla vana ich leckte. Wala denge bis hier der Wacken. Wala der Wacken. Ich glaube. Nein im Mock. Warte. 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 Be safe guys. Guck mal. Warte. Let's go. Ich haß das. Let's go. Egal. Ach, Bruder, ist das geisteskrankt. Ist das geisteskrankt. Hier ist noch nichts vorbei, Chat. Hier ist noch nichts vorbei. Chat, äh, du hast, Chat, 5 Tore waren so. Nicht mehr. Ja! Hier ist die Kali-Toi. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wir stehen hier. Das war's. Was ist das? entscheidungsding oder ist es ein unterschied das entscheidungsding der entscheidung okay kommt bei den front cute eldos das ist aber echt heavy muss ich auch sagen cute lost eldos ist crazy ein klammer guck mal, guck mal, guck mal das ist geisteskrank das ist geisteskrank, Bruder ja, also das ist halt einzig alt so immer unlucky, lucky und so halt guck mal, sowas ja, guck mal, sowas Bruder, das war aber auch crazy geil ich hab nicht mehr was gesehen let's go shoot Eldos ja, das schwingt als krank, knapp, ne walla, 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 weil ich vorbeifahre, ja boah, ein Winkel ok 1 gegen 1, nur Mülltore warum, warum bremst ich so hässlich, Janne let's go deine Kameraeinstellung ist so respektlos ich hab hier nichts eingestellt, was soll ich machen das andere Account ach, das reicht gegen mich, oder? fuck oder selber verhauen, ja walla, wie kommt der da so schnell hin, ja? ich muss konzentrieren ich muss wieder Comeback machen, wie vorhin jemals jemals hab ich ja, mach den jetzt unbewusst Composure, let's, Composure da schickt mir gerade den Karten ein bisschen Zeit und so nein ui, Roach einer schreibt bro, Eldos ist 15 und du verlierst was ist? einer schreibt Eldos ist 15 und du verlierst ich habe schon gemacht ich habe schon gemacht oh 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 Ja, maybe, maybe, ich komme auf dir. Oh, Brasileiro? Oh, Brasileiro, er kanns. Brasileiro, er kanns, Rod. Was ist Brasileiro? Ein Sim. Ach so. Ui, ui. Wir sind gerade in De Janeiro. In De Janeiro. Bruder, du hast doch getrollt das erste Game. Nein, ich scheue mich nicht getrollt. Ich, keine Ahnung, wieso es so war mit diesen Anstößen. Ich habe immer... Keine Ahnung, dass ich das irgendwie hinbekomme. Das läuft halt immer alles. Oh mein Gott, Brasileiro bleibt. Wala, 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 ja. Oh, Brasileiro ist krass. Okay. Jetzt FIFA eins gegen eins. Wie FIFA eins gegen eins? Jetzt FIFA eins gegen eins. Hehehehe. Hehehehe. Bruder, ja. Hättest du nicht gedacht, ne? Ich sag doch Eroke League. Ich bin nicht schlecht. Also das ist normal halt. Ja, aber ich bin auch nicht schlecht dafür, dass ich nie zocke. Ich sag, wir sind gleiche Level ungefähr. In Rocket League? Ja. Nein. Oder vielleicht... Wir sind... Bruder, ich bin Diamond. In allen Games im total sind wir selbe Level. In allen Games? Ja. Okay. Du willst mir sagen, du bist... Goaty-Status. Warte mal. Du bist Fortnite gleich gut wie ich. Ja. Oh, Bruder. Verpiss dich aus diesem Discord Eldos, bevor ich ausflippe. Hä, wieso? Was laberst du? Jetzt Fortnite eins gegen eins. Boah. Was boah? Was boah? Komm! Ja, okay. Ja? Ja, was hätten wir sonst noch für ein Game? Sonst gibt's doch eh nichts. Valorant kannst du loslassen. Valorant bist du besser. Valorant bist du besser. Aber auch zum Beispiel so in Quizdingern bin ich safe schlauer. Also ich sag, ich bin schlauer als du. Ich bin der bessere Win-Challenge-Spieler. Valorant, weißt du was? Ich bin der bessere Win-Challenge-Spieler. Mann, Eldos! Halt die Fresse! Aber Rocket League und so ist halt nie dabei. Also, keine Ahnung. Zeig mal. Bruder, du trollst, oder? Sag ehrlich, du bist du trollst. Ich troll nicht. Der Programm gezeigt, Rocket League zum Beispiel. Oder jetzt kommt Fortnite online. Komm jetzt. Mitbauen aber. Eins gegen eins. Okay. Okay, okay, okay. Ich mach kurz, ähm. Lock with Game Sound. Bro, dein Game ist zu groß. To stream. Also so, oder? Ich sag, Fortnite. Ernst? Mhm. Fortnite sind wir nicht zu weit entfernt. Du bist vielleicht ein Tick besser. Digga. Ich bin nicht so kacke in Fortnite. Ich sag, aus 10 eins gegen eins wirst du nicht eins gewinnen. Niemals. Niemals. Hundert Prozent. Hundert Prozent. Brauchst du, du bist Reason, oder was? Ja, was du, Bruder. Chat. Komm. Ey, was machst du dort heute noch, Hanschen? Weiß ich nicht, warum. Warum? Bist du halt auch ohne Plan irgendwie? Ja. Ich wollte eigentlich VR-Horror zocken und dann hast du mich herausgefordert. Okay, okay. Hier bist du drin? Ja, warte. Kann man nicht hier so eins gegen eins machen? Ah, es gibt so Maps. Warte, ich verlasse kurz Logi. Mach 7-1 gegen ihn. Ja, ja. Wie hast du es nochmal genannt? Brasili? Es ist Brasileiro. Brasileiro. Es ist Brasileiro. Es ist Brasileiro. Es ist Brasileiro. Okay, wo macht man das nochmal? Wo gibt es hier eins gegen eins? Chat? Glaubst du es hier nicht irgendwo? Och, guck mal. Kampf. Oh, Kampf. Ich weiß nicht, wie das heißt. Wo ist das? Kampf. Tick. 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 Ja, kann doch sein. Aber gerade... Aber gerade habe ich die Zeit vorgelegt. Kannst du sein... Oder kannst du Dings... Ähm... Map machen? Geh mal auf Insel. Ich habe eine eigene Map. Wie? Mit alten Waffen, Bruder. Auf Old-School. Bist du mit alten Waffen besser? Okay, passt. Mäßige Oder wir geben Map-Code ein Von Erdi Komm her Ich hab eigene Wieseninsel, Bruder Kann man hier Map eingeben? Hier, hier, komm her Oder diese Oldschool, weißt du? Ja, ja, passt Von Spieler, wie sie damals Ohne Sprinten sogar Welche Waffen? Nur MP und Ding, oder? Ohne hier Welche Pump? Hier, die Pump Hier, komm her, die Pump Ich muss mich schneller bewegen können Serie, mach mal was AR Äh, ich Hier, Sprinten aus Was hast du jetzt genommen? Pump und Blaue Air Hier, diese Blaue Pump Die hier Und diese Blaue Air Blaue Pump Blaue Air M16, oder? M4 M4, ja Komm her Okay Ey, warte kurz, warte kurz Ich muss mich irgendwie Warte, ich weiß nicht, wie man auf Controller Ich muss, dass ich mich schneller bewegen kann Also Empfindlichkeit, hör mal Hast du hier Hast du? Warte Okay, passt Okay, komm Mit Holz, ne? Ja Okay Fuck, ich fliege Oh, gut Shit Komm Ja Walks like a fish Das war ein bisschen Lucky, Bruder Ja Warte Okay, komm Alter Ui Ui Hey Mann, Bruder Ich bin wieder runtergefallen Sorry Handling, Bruder Ich komm runter Ich gewollt Fuck, ein Handy Boah Handy 1, Bruder Handy 1 hat mir getan Alter Schließen Uff, der hat geknallt So in den Kopf Okay, komm Ich muss das mit der reminded Bierung Ja Abonniert Tschüss Ich沒 Ich nenne Ich nenne Ich nenne Ich nenne Ich nenne Sie Ich nenne Ich nenne Säge Ich nenne Ich nenne Nicht Ich nenne Ich nenne Ich nenne Ich nenne Ich nenne Ich nenne oder also ist schwierig also vorzeit selbe level so im public und so jetzt ja aber nicht im einen jungen natürlich silvester Ja guck ich mal an Wichtiges ab, oder hast du wegen PC'n? Ich spiele 60 FPS Wohin, der ist so stresst Der ist so stresst Der ist so stresst Ich bin gar nichts Ich bin gar nichts Peace Das Ding ist sauber Warte mal, wie viele haben wir jetzt gemacht? 4 1 Ja warte, ich will dir noch einmal 7 1 drücken Das brauchst du nicht Niemals lasse ich einen Brasileiro Rezeba Rebeca jetzt zu Ja komm Komm Ich hab einfach Tür gemolnt Ja Au Der Brasileiro kommt Das ist so, das ist so Es ist so, wie kann man Hey, buddy, runter. Okay, alles gut, sorry. Mein Bett. Hey, du hast einen. Oh mein Gott, Mann. Nein. Boah, er hätte mich jetzt geholt. Das wäre so scheiße. Ey, warte mal, noch einer für Brasero, oder? Ja, warte kurz, ich muss kurz, äh, warte kurz. Ich muss kurz irgendwie nicht gehen. Okay. Okay, ja. Come. Okay.